Hallo liebe Zuschauer, River Raid 2 auf dem Atari 2600, ihr seht es schon, 1988, es erschien doch relativ spät in der Lebensspanne des Atari 2600 und es ist auch im Gegensatz zu Teil 1 ein bisschen, ich will nicht sagen merkwürdig, aber es kann irgendwie nicht so richtig an den Klassiker anschließen. Ich meine der erste Teil, ohne Frage, River Raid, absoluter Klassiker, der zweite Teil, warum sie ihn noch hinterhergepfeffert haben, vielleicht wollten sie die Lizenz nochmal ausnutzen, wer weiß das schon, ist nicht übel, aber man hätte es sich auch sparen können. Starten wir einfach mal. Am Anfang muss man nämlich erstmal Gas geben und starten, dann Joysticks bitte nach hinten ziehen, sodass man dann auch wirklich in die Luft kommt und dann kann man mit vorne und hinten Gas geben und eventuell sogar Gegner abschießen. Man kann hier übrigens, auf die Schiffe kann man doch schießen, warum gehen wir das denn gerade im Angespielt nicht? Bitte, jetzt geht das wieder nicht. Ah, okay, vielleicht muss ich nach, ich verstehe, ich verstehe, ich kann Geschwindigkeit und Höhe einstellen. Jetzt bin ich mittel hoch und mittelschnell, jetzt fliege ich hoch und langsam oder tief und langsam. Auf jeden Fall kann ich von hier aus, glaube ich, die Schiffe treffen, oder? Wenn jetzt mal bitte ein Schiff kommen würde, nur zu Demonstrationstrecken. Na gut. Ah, Schiff. Nee, das ist doch nicht. Ach, keine Ahnung, wie das funktioniert. Ich habe es nie gespielt damals. Ich glaube, die Atari-Version hatten wir auch nicht. Wir hatten den ersten Teil, natürlich. Die erste Teil war ja verboten. Oh, Fuel, 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 ich brauche Fuel. Okay, Fuel her. Fuel, Fuel, Fuel. Fuel? Äh, Fuel. Habe ich jetzt gar nicht drauf geachtet. Fliegen wir jetzt wieder raus. Aufs offene Meer. Weiter zur nächsten Insel. Okay. Boah. Schon hier richtig was los am Himmel. Am Himmel ist die Hölle los. Ich kann ihn nicht treffen, er kann mich treffen. Hm, bisschen merkwürdig, oder? Ich verstehe das nicht mit den Schiffen. Das war knapp. Okay. So ein paar Punkte machen hier. Was sind das eigentlich für... Sind das Explosionen, oder was soll das darstellen? Diese kleinen Dinger da, die wir gerade gesehen haben. So, und zanken muss ich jetzt mal. Kann ich irgendwo zanken? Hallo, zanken. Hallo, zanken. Ja, ich würde ja gerne. Also, ich kann nicht drüber fliegen. Da füllt der nix auf. Äh. Muss ich das Spiel verstehen? Wenn ich also runtergehe von der Höhe, fliege ich da rein. Gut, das ist... Das macht sogar Sinn. Aber wie kann ich denn Bits auftanken? Ich finde diese Version sehr, sehr merkwürdig. Und jetzt treffe ich auf einmal dann auch die Hubschrauber. Hubschrapp, schrapp, schrapp. Also ist das praktisch ein frühes 3D-Spiel, sozusagen. Weil man hier die Höhe auch noch in Betracht ziehen muss. Oh. Komm, gib mal mehr Gas hier. Gegner, gib mir Gegner. Okay. Ich verstehe es nicht mit dem Auftanken. Kannst hier auch nicht landen. Hab jetzt gedacht, gehst du vielleicht mal runter, damit du landen kannst. Nö, geht auch nicht. Hm. Hab ich schon erwähnt, dass das Spiel irgendwie merkwürdig ist? What were they thinking? Nö. Okay, wenn es anfängt zu blinken, die Altitude-Anzeige, dann wird es gefährlich. Aber dann kann ich auch Schiffe treffen, oder? Boah, ich kann aber nicht in diese kleinen Haufen reinfliegen. Die sind dann nicht so gut. Wisst ihr was? River Raid 2, das hätte man sich sparen können, gerade 1988. Aber okay, es gibt es, kann man mal spielen. Aber ich würde dann, wenn ich doch die Wahl habe zwischen Teil 1 und Teil 2, würde ich wohl immer in 101 Prozent aller Fälle zu Teil 1 greifen. Das war's für heute. River Raid 2, Atari 2600. Bedanken mich fürs Zusehen. Sehen wir's beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Bye, bye.